das finde ich nicht okay nee das ist wirklich ein bisschen doof ich meine du hast mich ja erst schon zum überlegen gebracht er kostet ja nur fünf euro ja eben was man hat wenn du den neuen pc es ist kaleb der mit dem kleinen ja damit dem kurzen hast du dir schon den den code gegönnt ja habe ich schon gemacht ist immer noch hier ich habe ihn gestern ich bin verletzt aber ich habe ihn gestern für karin ist der ton ganz gut das ist doch schon mal ein feedback er folgt mir auch ich bin am haus ja ich sitze glaube ich an dem jenner dran okay aber ich höre wirklich gefühlt null terrorradius erst wenn er gefühlt neben mir ist kaleb lass mich oh das war knapp ich bin jetzt an der check ja und hier geht auch gleich im jenner noch ich habe glaube ich gerade abgeschmiert ja ich habe abgeschmiert warum es für mich geknallt hat beim fenster ich habe unten rechts dieses talent das ist schnell und leise das heißt ich kann einmal alle weiß nicht 40 sekunden oder so eine schnelle handlung ausführen ohne dass das ist knallt also ich kann schnell in den schrank springen ich kann schnell durchs fenster schnell über eine palette an der check hier bei mir weil der zweite noch ist jetzt auch fertig hochgeheilt ja nimmt jetzt drei näher sucht mich also der keller ist nicht hier zumindest wie praktisch ja ist schon praktisch ich wollte es halt eigentlich gerne in kombination nutzen mit in den schrank springen damit sich dann sich dann von total auflädt und ich den killers dann kann aber ich bin oben am haus am jenner also ich halte mich und geht dann an den jenner ja da war ich an ja Jagt er dich noch? Nee, nee, ich sitze an einem Jen auf dem Hügel. Wo der Händler ist. Ja, erst mal den Jen fertig. Wenn Dwight dann immer noch liegt, gehe ich gucken. Ja, ich mache den Jen und dann heile ich mich mehr. Okay, jetzt hat er ihn. Aber die andere ist auch nicht hingegangen. Nee. Ich weiß auch nicht, was Dwight gemacht hat, weil er war ja erst hinter mir. Der Lab kommt Richtung Haus. Ich meine, wir sind aus der Ecke gestellt zum Heilen. Mach doch die andere, sag mal. Warum lässt Dwight sich sterben? Nee, er hat versucht runterzukommen. Warum? Der hat er doch schon gehangen. Der hing schon? Der hing schon, den hat er nach dir doch auch gehangen. Ja, stimmt. So, das Gute ist, der Haus ist weg. Kommt, glaube ich, gerade zu dir. Also zu dem Hügel da. Nee, deinen hattest du angemacht, oder? Den habe ich an. Ähm, hinter dieser anderen Hütte ist ein Hügel, da war ich gerade, aber Caleb ist hier. Den einen Gender lasse ich mal aus. Noch ins Dun. Boah, ich hätte hier voll cool in den Schrank springen können, da. So, jetzt habe ich frontal aufgeladen. Komm hier lang. Komm hier vorne lang. Ja, komm. Nur da bin ich dein Schrank auf. Haha, noch ein Stun. Juhu. Guck mal, das zählt. Ich sehe dich fliegen. Ja. What the fuck? Was war das? Du bist geflogen. Fly, baby, fly. Was zur Hölle, was ist das, ey? Das war... Ich saß ohne Jen. Oh Mann, ey, DVD. Was? Was ist... Hä? Ich steig... Hä? Was? Was ist das? Was machst du? Was tue ich? Das Spiel schmeißt mich gleich raus, weil ich cheat. Er ist immer noch in deiner Nähe, pass auf. Ja. Er denkt sich auch... Was? 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 Was geht ab? Was? So, dann trechern wir mal jetzt hier in der Celle. Was war das? Oh no. Ich bin kaputt, ja. Was ist bei dir? Also, er ist weggegangen. Das wäre kein Nöd. Oh Mann. Kommt die andere zu verletzt? Nee, die andere ist am Ausgang. Am anderen. Aber er ist wieder bei mir. Und White läuft hier verletzt rum. Die andere läuft jetzt los. Also, das sah wirklich ein bisschen doof aus. Das war voll gecheatet. Kommt sie? Ja. Ich glaube, sie schafft es auch noch. White ist halt jetzt tot. Ich habe er nicht aufgewählt. Nee. Soll der kommen? Elodie, du musst tanken. Sie hat auf die andere Seite rüber gerannt. Am anderen Ausgang. Elodie hat's getankt. Ich komme jetzt auch außenrum zu dir rüber. Also, wenn ich hier nicht rauskomme, ja? Dann weiß ich auch nicht. Die Elodie hat aufgemacht. Du machst mich auch auf. Ja, ich bin gleich bei dir. Elodie ist im Ausgang. Okay, sehr gut. Yay! Ich fliege. Was spielt so was? So was würde ich da wirklich gewesen sein. Vor allem, ich bin gelaufen und einfach über Durchsicht oder durch durchsichtige Fenster gestiegen. Ich hocke da, Martin, Jen, du kommst angerannt, ich geh zur Seite und du fliegst von mir vorbei. Oh, das war lustig.